Hallo liebe Fußballfreunde, geht umsetzt meine Meinung von über Gaming, oder eher sagen über Lego. Kanal Name Alexander Studios, Entschuldigung, für mich bin ich ein bisschen schwierig ausgesprechen. 1,8 Millionen Abonnenten, 1,8 Millionen Abonnenten, Kanal gegründet, 9.12.2011. Ich finde, machen sie sehr gut, Thema ist jedenfalls für Logo, ja ist klar, Thema ist jedenfalls Kleines Scherz vor der Rande war das gerade, Kleines Scherz. Dann ein Thema, ist hier was Lego, Blimmobil Lego zu drehen. Ich finde das eigentlich sehr gut gemacht ist, der es nicht ohne Grund zu Millionen hat, 1,8 Millionen. Ist richtig, 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 richtig gut. Weiter so, bitte weiterhin machen, nie aufgeben, weitermachen. Ich habe eine kleine Frage, schaffe ich von dir. Eine kleine Frage, schaffe ich, über meinen Kanal. Hast du Lust, meinen Kanal abonnieren? Eine Reihefolge kann ich dir sagen, von YouTube herantippen, du kannst. Leon Schmidt, der jetzt fertig ist, Leon Schmidt angetippt ist, Leon Schmidt plus, ohne bloß hier noch was mit Fußballfreunden. Und auch noch das fertige Video unter meinem Kanal selbst. Mein Kanal Name ist Fußballfreunde. Und ich habe auch zwei Videos, äh, zwei Kanal. Mein zweiter Kanal steht noch nicht fest, was dein Name ist. Über meinen Kanal Name ist gerade Milch Bombay. Ja, auch ein bisschen lustig an. Ich weiß. Aber ist noch nicht aktuell. Und da werde ich meinen zwei Kanal machen, über Kinderbücher vorlesen. Viel Spaß von diesem Video. ?